Hallo alle zusammen und hallo lieber Skorpion. Heute erfahrt ihr ein wenig über eure Eigenschaften und euren Charakter. Mit seinen Eigenschaften kann der Skorpion andere Sternzeichen verrückt machen. Und leichte Probleme können sich daraus entwickeln. Skorpione sind instinktiv und seine Anziehungskraft und Loyalität zählt zu seinen Stärken. Bedingungslos setzen sie sich für die Familie und die Partnerschaft ein. Seine Stärke ist, sich mit eiserner Willenskraft im Beruf und in der Arbeit einzusetzen. Diskretion steht an erster Stelle und damit kann er hervorragend damit umgehen. Der Skorpion ist erfinderisch und kann sich jeden Umstand, zu jedem Umstand kann er sich anpassen. Er ist sehr eifersüchtig und kann dann sehr leicht zynisch werden und neigt dann auch zu Neid und Spott. Liebt er einmal, dann ein ganzes Leben lang. Für die Skorpion Frau ist Treue ein großer Wert und ein großes Wort sogar. Sie will alles oder nichts im Beruf, wie auch in der Partnerschaft. Und sie ist hart im Nehmen. Der Skorpion Mann steht selten beim Scheidungsanwalt. Er scheidet sich niemals. Stabil und standhaft prallt Unangenehmes bei ihm ab. Leidenschaftlich lebt er seine Liebe. Aber er ist auch wie die Skorpion Frau sehr eifersüchtig. Und das kann für beide Teile sehr unangenehm werden. Ist erst einmal seine Liebe entflammt, ja, dann kann man wirklich ihn überhaupt nicht mehr aufhalten. Zu Hause hat er die Hosen an und hält die Finanzen zusammen. Er überwacht es aber auch, dass seine Partner oder die Partnerin nicht zu viel Geld ausgibt. Da man muss ja aufpassen, dass es nicht sogar in Geiz, also ausartet. Ja, liebe Skorpione, horcht einmal in euch hinein. Vielleicht erkennt ihr die eine oder andere Charaktereigenschaft bei euch. Ich wünsche euch alles Liebe. Eure Deria